jojo was geht meine freunde neues video hier bei gengis 44 tv das soll hier mal ein kurzes update video sein zu dieser flair jaleel thematik wo einer von jaleels kollegen so einen schlag richtung flair gefeuert hat und flair dann ninja mäßig ausgewichen ist ja mit seinen krassen skills und hier übrigens noch mal das video eingeblendet mit der schlägerei oder dem aus dem ausgewichenen fausschlag ja dass ihr noch mal bescheid wisst worüber wir hier eigentlich reden was Das war's für heute. Ja, was ist denn da passiert und was heißt denn hier Update Video? Passt auch auf folgendes. Ihr wisst ja, es haben sich Leute irgendwie auf die Fahne geschrieben. Das jedes Mal, wenn ich ein Video mache, sie mir auf Instagram schreiben, weil sie sich irgendwie mal wieder auf den Schlips getreten fühlen. Dasselbe ist auch wieder passiert bei dieser Geschichte. Okay, ich habe ja gesagt, Alter, ein Typ, der eine Frau schlägt, ein Typ, der einen Mann schlägt, während er seine Frau dabei hat oder während er Kinder dabei hat, das ist für mich ein Lutscher. So, weißt du, das ist für mich kein Mann. Ja, und dreimal dürft ihr euch überlegen, wer sich daraufhin bei mir gemeldet hat. Kommt ihr drauf? Naja, der, der die Faust abgefeuert hat, der hat sich bei mir gemeldet. Und, so, ähm, ich muss sagen, er war anfangs ganz korrekt, ja, Salam Aleikum, Aleikum Salam, so, weißt du, ähm, alles schön und gut. Trotzdem haben wir es aber geschafft, dass wir uns irgendwie in die Wolle gekriegt haben, äh, im Chat, äh, im, wo, wo es so ein bisschen heiß hin und her ging, ne. Ähm, das Ganze konnten wir aber mehr oder weniger, äh, naja, ich sag mal, wieder ausbügeln, ja. Wir haben, äh, so, so hitzköpfig, wie wir in dieses Gespräch gestartet sind, ähm, konnten wir es dann auch, äh, mit einem Salam Aleikum, Aleikum Salam wieder beenden, ja. Und, äh, ja, wie gesagt, es ging da so ein bisschen hin und her. Ja, und zwar, ähm, er hatte mich am Anfang, er hatte mich anfangs gefragt, hör mal, hast du irgendein Problem mit mir, ne. Ich sag so, äh, das kommt drauf an, bist du derjenige, der nach Flair geboxt hat, sag ich, ne. Wenn ja, dann kennst du ja meine Antwort, hab ich ja, äh, hab ich ja im Video so stehen, so, ne, jemand, der eine Frau schlägt, äh, jetzt hab ich das schon wieder gesagt, Alter, was ist denn los hier. Ich mein natürlich jemand, der einen Typen schlägt, äh, der seine Frau dabei hat, das ist halt unterste Kanone, ne. Ist halt ein Lutscher-Move für mich. Stehe ich auch nach wie vor zu, ne. Steht dieser Typ, er, nach seiner Aussage sieht er das übrigens genauso, ja. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. So, und, äh, da meint er so, ja, aber warum erzählst du denn so was? Du weißt doch gar nicht, was da passiert ist. Hast du mal mit Jalil geredet? Oder hast du mal mit mir, hast du mal mich gefragt? Ne, ich mein, ihn kenn ich nicht, hätt ich nicht fragen können. Und zum Thema Jalil hab ich gesagt, hör mal, ich hab hier, ähm, ich hab hier 10.000, äh, hab hier gerade 10.000 Abos auf, äh, YouTube, ja. Wer bin ich, dessen Jalil mir antwortet? So. Ich mein, komischerweise sieht ja Gott und die Welt, äh, sieht meine Videos. Äh, dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ich irgendein, und wenn ich ein, äh, irgendein Fotzenhaar von schlechten Wort an jemanden verliere, dann, äh, kriegt das derjenige direkt mit, weil, äh, es sind, äh, doch immer viele, viele Patsen im Internet unterwegs, die dann direkt sagen, ey, äh, da hat jemand schlecht über dich geredet, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ähm, ne, so Leute sind ja, sind ja viel unterwegs, hab ich gemerkt im Internet. Und, ähm, deswegen dringt das immer zu den Leuten durch, wenn ich mal gegen jemanden schieße. Naja, auf jeden Fall, diese Person, nachdem wir uns dann gestritten haben und uns, äh, gegenseitig an die Gurgel wollten, hat mir dann erzählt, pass mal auf, das Ganze ist ein bisschen anders. So. Meinte ich so, ja, wie denn, ne? Ich sag, wenn, wenn da irgendwas, wenn da irgendwas gravierend anders ist, ja, und ich, du da tatsächlich im Recht sein solltest, dann hab ich kein Problem damit, mich bei dir zu entschuldigen, ne, und das gerade. Okay, gesagt, getan. Und dann, er, äh, sagt so, er erzählt mir so, ja, also erstens mal, wir, wir wussten gar nicht, dass, äh, dass seine Frau ist, dass er seine Frau dabei hat. Die wurde wohl im ersten Moment nicht wahrgenommen. Okay, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, kann man übersehen, ne? Wenn man einen Tunnelblick hat, ich stell's einfach mal, ich sag einfach mal nur, was mir gesagt wurde, okay? Ob ihr das für wahr haltet oder nicht, das könnt ihr dann selber in den Kommentaren diskutieren. Ich sag euch nur, was mir gesagt wurde. Naja, und, ähm, daraufhin, äh, meinte er so, wie gesagt, er, er hätte, er hätte die Frau nicht gesehen, er wusste das gar nicht. Und Flair sei mit Leuten gekommen, nicht die, ja? Und, ähm, das ganze Video, was da zu sehen ist, das Video, äh, haben die Typen später wohl Flair gegeben. Flair hätte das zusammengeschnitten und hätte Stellen rausgeschnitten und nur das, was er für, äh, nur das, was ihn gut dastehen lässt, hätte er dann, hätte er dann dafür gesorgt, dass das veröffentlicht wird. Okay? Das ist, wie gesagt, die Aussage von diesem Typ, der diesen Schlag, äh, geben wollte. So. Ob das jetzt stimmt, das ist, äh, das sei mal dahingestellt. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, er hat selber gesagt, von wegen, hör mal, wir sind nicht so ehrenlose Typen, dass wir jemanden schlagen, wenn er seine Frau dabei hat. Ja, sowas würden wir niemals machen. Ähm, ich hab, ich hab ihm selber, ich hab ihm dann daraufhin angeboten, ich hab gesagt, guck mal, dann erklärt doch diese ganze Sache, dann, äh, sieht das auch nicht so kacke aus. Er sagt dann, nee, wir, da können wir nichts erklären und dies und jenes, äh, Flair wird dann sofort wieder zu den Bullen rennen. Das ist ein Typ, der redet tagtäglich mit den Bullen, ja? Ich darf leider auch keine, keine Sprach-Memos, wir haben uns nur Sprach-Memos hin und her geschickt, äh, weil wir nicht, äh, schreiben wollten. Ich hab ihn daraufhin gefragt, hör mal, wie sieht das aus, darf ich eine Sprach-Memo benutzen von dir? So, damit ich den Leuten das hier zeigen kann als Beweis. Wollte er leider nicht, ja? Also, äh, hat gesagt, er möchte das nicht, ähm, und die wollen dazu keine, die wollen das Ganze nicht aufklären und keine Stellung dazu beziehen, weil Flair sonst zu dem Bullen rennen würde und Flair ein Typ ist, der jeden Tag mit dem Bullen am Quatschen sei, ja? Die Aussage von diesem Typen, wie gesagt, ne? Ähm, gut, können wir jetzt alles schlecht nachvollziehen? Äh, ich hab ihm dann noch gesagt, ja, guck mal, ist ja schön und gut, aber, ihr braucht euch nicht wundern, dass ihr in so einem schlechten Licht dasteht, wenn ihr auch keine Erklärung dazu abgebt, ne? Weil das, was man in dem Video sieht, das lässt euch nicht gut dastehen. Und, ich hab meinen Kommentar mit Lutsche abgegeben, ja, ist richtig, aber es haben ganz viele Leute dieses Video gesehen, nicht nur bei mir, und guck mal da in die Kommentare, hab ich gesagt. Ja, ne, äh, äh, die finden das alle ziemlich schwach von euch, diese Aktion, ja? Also, ihr kommt dabei nicht gut weg. Wenn ihr wollt, du, Jalil, wer auch immer, von mir aus auch ihr beide zusammen, ich, äh, gebe euch, äh, wir können, wir können gerne, äh, entweder live darüber, darüber quatschen, ja? Dann, äh, mache ich einen Livestream, ihr kommt rein und wir quatschen darüber, und ihr habt eine Möglichkeit, das richtig zu stellen und eure Version auch zu erzählen oder, äh, keine Ahnung, ähm, du, äh, gehst hier jetzt ins Detail, erzählst mir Infos und ich mache darüber ein Video und, äh, erzähle dann auch eure Version, was, äh, euer Bild dann auch ein bisschen verbessern würde, weil so wie es jetzt ist, sieht scheiße aus. Wurde leider abgelehnt von dieser Person, ja? Kann man nichts machen, ist seine eigene Entscheidung, ich habe es vorgeschlagen, ähm, die sind alt genug, äh, wenn er es nicht möchte, dann möchte er es nicht, ja? Ähm, ja, das war, das war, das war halt, äh, mein Update zu dieser ganzen Flair-Thematik, äh, ihr könnt mir erzählen, was ihr davon haltet, glaubt ihr dem Typen, glaubt ihr dem Typen nicht, meint ihr, er ist nur ein Schwätzer, ähm, meint ihr, das Video wurde wirklich geschnitten, meint ihr wirklich, dass Flair dort Lorde dabei hatte, ich für meinen Teil, bin skeptisch, ähm, ich glaub weder das eine, noch das andere, ich denke, ähm, wie so oft, liegt auch hier in diesem Fall, die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ja, ähm, ich bezweifle, dass Flair wirklich jeden Tag bei den Bullen hängt, ich bezweifle aber auch einige andere Aussagen von diesem Herrn, ähm, aber wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild, äh, und, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut da rein, man sieht sich, peace, peace, Outro